Wenn Breiten-Güßbach nicht reicht, dann merkt euch mal bitte den Donnerstag, den 6. Juni. Das ist also kommenden Donnerstag in einer Woche. Da machen wir einen Spaziergang durch die Gartenstadt und treffen uns am Robauplatz um 18.30 Uhr. Weil die Gartenstadt vom Bahnhof aus ein bisschen weit weg ist, haben wir halt den Startpunkt verlegt auf dem Robauplatz bzw. Feldkirchenstraße. Da sind wir auch schon mal losgelaufen mit zweieinhalbtausend, dreitausend Leuten. Also da werden wir mit 200 oder 300 da auch loslaufen können. Und dann drehen wir eine Runde durch die Gartenstadt, damit die Gartenstädter auch mal ein bisschen Vergnügen haben und uns wahrnehmen. Danke.